sind sie hinüber habe ich es auch da kommen noch mehr das ist genau was wichtig für mich da muss ich nicht zielen sowas kann ich zentripetale anziehung zentripetale so heißt das ja so freund so nicht mit mir nicht mehr und panzer ich glaub's bald so freund sagt selbst da gehen wir doch mal hier raus jetzt gucken wir uns mal hier um naja wo bist du bist du bist du bist du ich finde es doch auch leid spiel zu spielen hier mit dir du alter pillermann du ich fürchte geht es hier hinten rum da geht es nicht rein ach da ist schon wieder diese scheiße da da ist diesmal auch einer drin ne seht ihr das sonst haben wir die nie gesehen die die leute wir speichern mal so wir haben zehn damit wir müssen noch 20 dann haben wir den erfolg glaube ich ne hier sind überall flugzeuge oben auch und so ne hört ihr das ja was soll ich denn tun was soll ich tun tu es ja ich tue es gerne aber was 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 so wir gehen erstmal hier rein da steht ein und toll muss ich wahrscheinlich ganz außenrum wieder rennen oh ja ja komm mal rauf ja hab ich ja ja auch wunderschön Habe ich die auch voll? Oh ja. Diese Raketen, die da, diese, diese, die man aus dem Gewehr schießt. Ui. Voll, voll. Und Granaten? Haben wir noch Granaten? Wir haben noch Granaten. Wir haben alles voll. Ich freue mich so. Danke. Da ist ein Schalter. Ah, damit hat er die Tür aufgemacht. Ja, ja. Ich werde hier rumhängen. So, wenn ich nicht ein Posse mit meinem Radio raufheben kann. Kein Weg, werde ich all diese Geräte zu verhören. Zack, leer. Einer fehlt. Dazwischen ist nix. Jetzt, äh, speichern wir. Und da ist die Tür. Einmal rumgelaufen. Habe ich ja gesagt. Müssen wir wieder... Wo? Ich könnte hier runterklettern. Aber... Äh, ich könnte hier hochklettern. Ich muss da oben zur Tür mit Sicherheit. Kann man hier irgendwie... Kann man nicht... Gut. Dann speichern wir hier und... Wir rennen... Wir rennen einfach hier rüber. So. Und ich würde sagen... Kann man hier... Kann man nicht runterlassen. Auch und wir müssen hier... Auch gar nicht rein. Toll. Weil wir hier rein müssen. Okay. Auch gut. Äh. Kaputt. So, Freundchen. So nicht. Ich befürchte... Wir müssen da... Da gleich unten durch. Wollen wir aber noch nicht. Wir wollen uns erst mal hier umgucken. Wir können noch in die Toilette. Das ist die Frage. Toilette oder da hinten? Ich würde sagen... Wir nehmen die Toilette. Hört sich gut an. Ach so. Ist auch dasselbe. Wenn ihr seht. Wir kommen ja am selben raus. Hier am selben, äh. Am selben Punkt. So safe. Okay. Dann brauchen wir da nicht so weit runter springen. Gut. Tja. Wo ist der alter Team? Ich würde ja gerne... Hier oben erst mal ein bisschen bleiben. Die Frage, ob er oben bleiben kann. Wir speichern. Und wir springen da mal rüber. Und wir springen da mal rüber. Mal da durch. Dann kommen wir auf jeden Fall schon mal da rauf und durch die Tür durch. Ne, hier hoch geht's auch nicht weiter. Da würde ich sagen, machen wir das auch so. Zack. Gehen wir mal hier rein. Oh toll, das ist das nächste Loch, ne? Oh. Freund der Sonne, ey. Die treffen mich ja genauso. Die Säcke. Da sind Schalter. Oh, jo, jo. Aber wir haben noch genug Lebenspunkte. Okay. Und da kommen noch mehr von den Affen. Komm her, komm. Komm her. So, die haben wir die Errungenschaft auch schon, ne? Wir speichern mal da. So. Wie viele kommen denn da noch? So. Ich hasse es, ich hasse es. Ich höre ihn schon wieder. Ich habe ihn schon wieder. Was ist das? ok so viel kommen da das haben wir jetzt raus den haben wir schon mal kaputt sind die sind die geplatzt die jungs sieht so aus ist er weg da liegt nicht so eine tolle typ mir aber sie gut aus wir kommen dem ende immer näher